So, neues Video, Double Base 2. Diesmal geht es um durchgehende Double Base Triolen Begleitung. Dazu wird auf der rechten Hand Schaffel gespielt und was sich verändert ist dies mehr. Ich spiele euch gleich mal die ersten zwei Rhythmen vor. Das war der erste Rhythmus, zweiter Rhythmus. So weit, so gut. Viel Spaß beim Üben.